Die Sonne kommt raus und wir haben ein wahnsinns Panorama da herren. Fantastisch. Schaut sich mal die Wolken da vorne, wie die aufsteigt. Das waren wahrscheinlich früher die Schmugglerpfade nach Österreich, wo man Schnaps und Zigaretten Schmugglerpfade. . . Bis zum nächsten Mal. Das ist die Geister-Klan. Jetzt nicht erschrecken. Gleich kommt der Geist. Das ist die Porta Claudia in Scharnitz und in Leutach. Von 1632 haben sie das damals gebaut. Und zwar beim Dreißigjährigen Krieg. Wir stehen jetzt da drunter. Das ist die Porta Claudia in Scharnitz. 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 Und wir sind am Markt in Mittenwald. Ein ganzer hübscher Markt zum Shoppen und Verbleiben. Schaut sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wen es Ihnen gefallen hat. Da unten ist so eine Faust mit einem Daumen nach oben. Und ich darf mich freuen, wenn ihr mir den Button drückt und einen Daumen nach oben zeigt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 14. 15. 19. 20 20. 21.